Musik Hey ihr Lieben, Flüster, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich wieder mal meine rote Mikrofone ausgepackt. Und wir werden so ganz viel Fingerflattering machen. Meine Nachbarn machen leider schon wieder ziemlich Krach. Deswegen entschuldigt bitte den ein oder anderen Schnitt. Aber vielleicht haben wir ja Glück. so 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 Ich weiß, es geht eigentlich um viele Menschen, die Handsounds nicht so gerne mögen. Aber ja, ich hoffe, es sind dann ja genügend andere Videos da zum Ansehen. Und So 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 Okay. Töne Das war's für heute. Ich hoffe so, dass man diese Nebengeräusche nicht allzu laut hört. Und deswegen freue ich mich auch schon so extrem, wenn wir dann in unser Haus ziehen. Da werde ich diese Probleme nicht mehr haben. Also hier ist es ein Bedürfnis für mich. Lick, 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 Lick. Hier. Ich hoffe, euch haben diese Blinger-Fluttering-Sounds gefallen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns zum nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.